Australien gegen Peru, dat gibt ne Sache. Ah, die aus Peru, die sind ja klein, ne? Das sind ja so kleine Leute. Und aus Australien, das sind so Kingokus-Leute, die hüpfen immer. Ja, da wollen wir mal gucken, was da ist. Guckst du auch Fernsehen? Guckst du auch Fernsehen? Oh. Oh. Oh! 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 Oh!